Das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich mit einem Nahkämpfer, also Krieger, Schurke, Tank, das mit Mana Probleme hatte. Dann stehe ich wieder hier und warte auf Mana. Na gut, sehr egal, ich muss hier den Typen finden, gell? Ich finde den Leutnant in den Stadtruinen. Muss ich da, ich bin ja hier in den Stadtruinen, schätze ich mal, oder geht es da irgendwie runter? Was sind das für Kisten hier? Einmal öffnen, Schatzkiste immer öffnen, weil es da Mana drin ist. Ein Imitator war das. Ach, ich musste ja eh besiegen, dann passt das ja. Alles gut. Erstmal vierte Spiel. Wieviel brauchst du denn von dem Staub? Das hat die Rote nicht geklappt, was soll das? Okay, die Quest auch fertig. So, jetzt nur noch den Typen finden, dann haben wir es hier. Can anyone tell me if Blighter or Dagger spell is optimal for one versus one? Oh, I don't know my friend. Ja, ich habe gerade angefangen, zu spielen, heute, ein paar Stunden vorhin. Finde den Leuten an den Ruinen. Also laut Ding ist... Okay, ich habe ihn gefunden, alles klar. Da ist hier eine Quest. Ach, da ist der, ach du Kacke. Ja, was ich entbehren kann, so kann ich ja nicht sagen. Ich habe alles, was ich bekommen habe, habe ich gehortet. Damit, wenn ich dann 50 bin, meine Berufe skillen kann. Hier, Rüstungsschmied, Alchi und Bergbau. So, ich habe alles, ich habe nichts weggeschmissen, alles entzaubernd und gehortet. Die ganzen 44 Level. Wenn ich dann 50 bin, dass ich jetzt alles skillen kann und mir nicht Sachen kaufen muss. Also jetzt habe ich noch, genau, ich wollte eigentlich hier noch sowas skillen hier. Ich weiß ja nicht, was ich brauche, ich kenne die Berufe alle nicht. Ich habe keine Ahnung, du. Entfesselt einen Gegenangriff und sammelt 5 Lutus nach erfolgreichen Ausweichen. Erhöht nach einer erfolgreichen Block... 5 Sekunden Blockrate. Gewährt eine geringe Chance, dass der Feind nach einem geblockten Nahkampfangriff betäubt wird. Eine geringe Chance. Okay, das ist ein Kack. Erhöht Dauer auf der Agro... Erhöht Nahkampfausweichen plus 16 für 7 Sekunden nach dem erfolgreichen Ausweichen bei Nahkampf. Du Kacke. Draufgänglische Sturmangriff. Verringert die Dauer von Fesseln. Verringert die Dauer von Fesseln. Was für Fesseln? Ach, die sind nicht handelbar? Ach, so hast du bestimmten Staub, brauchst du? Bimmel, AFK, alles klar? So, genug, bin jetzt weg, bis morgen. Alles klar, Schilly, bis morgen, mein Freund. Also, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt, das ist das. Verringert die Cooldone. Lernanforderung 6 plus in Kampfes zu investieren. Skillpunkte. Erhöht die Parierrate Dauer auf plus 2, jedoch erfolgreiche Parade setzt den Cooldone aller Kampfes zu uns zurück. Kann nur einmal 3 Sekunden ausgehen. Das ist aber echt schon geil, das. Was soll ich nehmen da hier? Was machen wir mal das da? Kann ich es machen? Okay. Machen wir mal. Ach, die Tränke sind nicht handelbar, okay. Testen wir mal kurz mit den Cooldons. Gut, trotzdem sind wir fertig hier. Egal, ich gehe zum Optionshaus, keine Ahnung, ich meine, wenn ich halt dann kein Geld mehr habe und oben bin, dann starte ich halt ein neues Spiel. Was soll ich sagen, wenn es wirklich so krass ist mit dem Mana. Sagt mal, wo Kräfte, ich bin beim Spiel, ist es ja nicht. Komm, komm, komm. Beim Zimmer, da, heben, okay. Es gibt da sehr, sehr viel, es gibt 21 Berufe da und ich habe da auch nicht durchgeblickt noch, das ist echt krass. Hi. Alles klar. Hab's da auch nicht gefunden. Sekunde, ich schau nochmal. Skills Upgrade, passt. Was endlich geupgradet werden muss, sind hier die Skills meines Schattenspiels. Das dauert echt lange, das zu upgraden. Damit meine Dresche und alles immer noch Rang 1 hier, oder? Rang 5, genau, aber trotzdem. Musst du mir upgraden das Ganze. Dann habe ich die ja doch schon Rang 5. Tut, 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 tut. So. Oh nein, falscher Knopf, ich wollte eigentlich runter. Lol. Was macht ihr denn? Sucht ihr Plätze zum Bauen? Defekte Statue aufbrechen. Wow, okay. Blau ist hier irgendwo. Okay, war nur zu doof, danke. Ich kenne das, ich bin gestern auch da dumm rumgestanden. Ich hab nicht gewusst, wo was ist und wer was. Und das dann gelesen, 2 Milliarden Berufe und dann lacht ich mir, oh Gott. Ja, ihr, meinte ich. Weiß ich, was ihr so treibt. Okay, nun gut, dann können wir nächstes Land. Klingt irgendwie nach einer Erkundungstour oder so. Und pullen oder jetzt? Da dachte ich mir. Komm schon höher. Yay. Und jump. Auch kein Auktionator hier, gell? Okay. Okay. Nee, wir leveln zusammen. Ah, cool, wir hatten noch ein paar Missis hier, aber jetzt fertig. So bin da, alles klar, dann schauen wir mal auf der Karte. Eye of Death. Ach, da oben am Arsch der Welt, oder wie? Ist das auf dem Berg, auf dem Hügel direkt, oder? Schon, oder? So geht das so einen Berg runter. Kann ich noch näher ran eigentlich? Ja, kann ich. Ah, da ist so ein Lava. Weg. Da hut das Kessel. Was ist deine Meinung zählt? Wieso kriege ich jetzt hier? In der Infra geht es von Sims teilnehmen. Äh, später. Später. Hallo, Gags-TV. Fütter Kacke. Aha. Aha. Alles klar. Nur noch mehr, okay. Und das spawnen sie mal wieder, oder was? Na gut, mit Mana würde ich... Ja, komme ich nicht weiter, oder? Zerstöre ein Reichsschwert und sammle die Splitter ein. Ey, machen wir. Schwer zerstören, Splitter einsammeln. Ist gebombt. Ich möchte da hoch. Fliegen. Ist doch nicht ready, er ist in zwei Sekunden. Na, war klar, dass ich pulle hier. Ich verfeite eigentlich gerne, nur ich... Ich werde jetzt Mana sparen zu versuchen. Deswegen, einig, die noch umgehen. Nicht meine Art, aber lieber als Satz stehen zu warten. Schlafen, das Reichsschwert und kaputte. Oh, oh, ist man sich gegen das Selbstkämpf? Das ist sogar Elite. Oh mein Gott. Echt, oder was? Krass. Was für Geräusche. Was für Geräusche. Oh, ich heil nie.